Ja, liebe Blumenfeldfreunde, das Blumenfeld ist geöffnet. Tulpen, Narzissen zum Schneiden. Kommt vorbei, schaut zu uns, zu unserem Blumenfeld an der Zürich-Bärenstrasse. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Euren Besuch. Kurz vor der Blüte, Tulpen schneiden wir auch hier am besten, wenn die Blüte noch nicht geöffnet ist. Die öffnet sich nachher zu Hause und bleibt länger schön. Das ist der Tipp vom Bauerhaus. Kommt, schaut vorbei, Tulpen, Glockenblumen. Wir sind zum Schneiden bereit. Wir freuen uns. Hallo, da haben wir uns Dinos Barenbrot. Ja, jetzt installiert unser neuer Blumenfeldverkaufswagen mit Papierschnurablagefläche und hier haben wir dann eine ganz interessante Kaufsfläche für irgendwas und ich zeige euch noch das Highlight dieses Wagens. Den kann man auch noch heizen. Ich schaue auf ihn vor. Ich schaue auf ihn. Nachdem. Ich schaue auf ihn. Vielen Dank.